Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was man aber komplett verstehen kann Ja, ich denke, wir sind alle nur verängstigt Es ist nun klar geworden, mit was wir es zu tun haben Hör zu Boss, selbst wenn das Gerät das ist, was du denkst Es ist nicht dein Fehler, du musst dich dafür nicht selbst die Schuld geben Ich weiß, ich meine Ich denke, ich tue es, aber Weißt du irgendeinen Weg, wie wir das Wasser hierher zurück in dieses Land bringen können? Oh Gott Ampel, wenn du versuchst, diese Bürde alleine zu schultern, würdest du sich unter seinem Gewicht zerdrücken Die Unterwelt, die Peluscha, das Clint Königreich, die Ohren Und nun das Wasser und das antike Artefakt Wir haben versucht Boss zu finden, um ihn zurückzuringen, aber jetzt? Ich kann damit nicht mithalten, mit dem ganzen Zeug Claudia Was tust du? Es ist so wunderschön, ich habe noch nie so eine Musik gehört Ampel, nun ist es eine gute Zeit, dich hinzusetzen, zu relaxen und ein bisschen zuzuhören Sehe ich wirklich so angespannt aus? Wir kämpfen die ganze Zeit mit dir, Mann So hört sich also Claudias Flöte an Ich bin froh, sie endlich hören zu können Ich bin froh, sie endlich hören zu können Ich bin froh, sie endlich hören zu können Danke für so ein wunderschönes, wundervolles Geschenk Danke für so ein wunderschönes, wundervolles Geschenk Lasst mich meine Anerkennung zeigen und euch zum Tor begleiten Danke, es würde mich freuen Hä, steht da wer? Hä, ich dachte, sie wollte mich begleiten Ich denke, das ist etwas, das ist ein wunderschönes, wundervolles Geschenk Ich weiß nicht, ob es wirklich gibt, aber Muss ja die ganzen Viecher, wie kann das sein? Ähm, irgendwas stimmt hier nicht Es stimmt hier was nicht, aber ganz und gar nicht Wundervolles Geschenk Wundervolles Geschenk Wundervolles Geschenk Ich meine, ich werde es jetzt natürlich ausnutzen Hä, achso, ich kann es nur aufnehmen Cream Mushroom Irgendwas stimmt doch hier nicht Irgendwas stimmt hier nicht, ey Das stört mich gerade tierisch, dass hier keine Gegner sind Okay Du musst stärker werden, dann wirst du dich das nächste Mal nicht verletzen, wenn du wieder herkommst. Das ist dein Weg, mir zu sagen, dass es dir nichts für eine Ärger bereiten soll. Vielleicht so. Boss, die Hand. Vielleicht, aber jetzt halt deine Hand heraus. Oder halt deine Hand. Was ist das? Eine Art Juwel? Es ist dein... Es ist dein Zei... Anzei... äh, ein Zei... nein, warte mal. Badge, 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 Badge. Badge. Abzeichen. Ah, ich war schon richtig Zeichen halt. Nur an diese Krieger gegeben, die einen Pelusha gesiegt haben. Ich hoffe, es gibt dir Stärke. Kilo. Ich werde dir sicher, dass du dich geholfen hast. Ich werde sicher, dass du hier wieder zurückkommst. Warte. Kilo, irgendwie werde ich dir zurückzahlen, dass du mich gerettet hast. Ich bringe das Wasser zurück. Irgendwie. Bitte warte nur. Wenn du das sagst, glaube ich dir. Kilo Shinas. Es tut mir leid, dass ich nicht an deiner Seite bleiben kann, um zu kämpfen. Aber ich werde versuchen, mein Ziel schnell zu erreichen. Warte. Warte. Ich werde mich nicht an deiner Seite verletzen. Ich werde mich nicht an deiner Seite verletzen. Ich werde mich nicht an deiner Seite verletzen. Die nahegelegene Kuli ist fast zerstört. Ein neuer Schwarm wird von dem Schloss der Königin kommen. Ich werde bis da ein Rast. Das Schloss der Königin. Im Norden. Die Schloss der Königin. Da hat die Schloss der Königin. Im Norden. Das Klintkönigreich. Was Beste. Hat, war dort und. Beste oder hatte direi Basis da. Und die Ravager Queen, die für Wüste-Königin hat, macht das zu ihm zu Hause. Also wenn wir es zerstören könnten, könnten wir eine Invasion verhindern. Nicht, dass wir momentan eine Chance hätten. Ich glaube, wir können jetzt nicht irgendwas Rücksichtloses machen. Wir haben momentan andere Prioritäten. Ich verstehe. Der Herr der Tränenberin, der das Erdbeeren an der Geschichte, der der Schildkönigin des rechten Königreichs, die Klinikin hat, das ist nicht so. Natürlich, natürlich, wir müssen selbst danach schauen, was der Junge gesagt hat über das Artefakt des Klinikinhinkönigreichs. Verde dich. Damit wir in der nächsten Zeit,必須 eine Art, die wir haben. Opportunity. Die Chance. Warte, Opportunity. Warum schreibt das Ding immer groß? Edzard. Opportunity. Hä? Die Gelegenheit geben. Selbst geben. Ich schwöre es. Oh, oh. Schau dich hinab. Mach es schon wieder groß und mächtig. Keine Ahnung. Na dann, wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. Ich kann endlich wieder zurück in den alten Welt. Ich kann nicht darauf abwarten, um in unsere eigene Welt zurückzukehren. Möge die Sonne euch segnen und der Mond euch leiten. Möge die Sonne. 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 Aber das ist das, was wir unseres Himmel haben. Dasiente Mal. Möge die Sonne. Das kann Junge, das war vielleicht ein Abenteuer. Wie kannst du nur so sorglos sein? Nur, ich muss nicht sagen, dass du es nicht mehr so spielst. Wenn du es wieder so spielst, dann ist es nicht so spielst. Du spielst nicht spielst. Als ob es jemals aufgehört hat, komisch zu sein. Wir haben alle so zu sagen, dass du so zu sagen kannst. Nun ja. Wie hinten die Claudia so schwankt hin und her. Seht ihr das? Das Spiegelbild? Blop, 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 blop. Hallo, ich bin euer Schatten. Ich bin ein gutes Gewissen, ich bin ein schlechtes Gewissen. Ich bin ein gutes Gewissen, ich bin ein schlechtes Gewissen. Immerhin recht. Nun ja. Am Ende reden wir wieder miteinander ein bisschen. Ich weiß noch nicht, wie das passiert ist, aber... Ich weiß noch nicht, wie das passiert ist, aber... Ich denke mal, wir sind immer noch mitten im Kämpfen, wie Claudia gesagt hat. Nein, nein. Ich würde mich als ich... Ich würde mich aufhören oder schlafen lassen, wenn es mich aufhören würde. Das ist so恥utig, oder? Ich werde das nicht mehr jemals wieder tun. Keine Ahnung, dass ich jemanden getroffen habe, der stärker ist als alles, was ich jemals gesehen habe, und das ganz alleine, also... Hm? Hm? Ich seh schon. Ich seh schon. Ich sag nur, ich respektiere sie. Ich denke mal, sie respektiert dich auch. Sie muss denken, dass du richtig mutig bist. Sie ist durch die ganze Unterwelt gegangen, um dir den Weg zu zeigen. Mutig. Von jetzt an werde ich diesen Mut zeigen. Als ein Brunnen, nicht als mich selber. Ihr euch! Schauen wir mal an! Das ist die Tür. Der schlimmste, der Filmser fliegt! Okay, spart euch das für später. Wir sind immer noch in der Nähe des Tores. Die Peluscher könnten jeden Moment rauskommen. Oh, das ist wahr. Lass uns gehen. Guter Gott. Ach du meine Güte, werden es die Kinder jemals lernen. Sind hier keine Peluscher mehr da? Sind wirklich keine mehr da? Das heißt erstmal... Grüne Poison. Aber davon haben wir ja auch schon einiges gehabt, ne? Das macht halt echt Spaß zu spielen, man. Vor allem für das, dass es langsam angefangen hat. Das ist ja so, dass du dich in die Tür bist. Du musst dich in die Tür nicht verholen. Das ist doch so ein... Ich kenn's wohl so aus Harry Potter, Mann. Allraune, glaub ich, war das, ne? Ja, es ist vorbei. Harry Potter. Wow, der sieht mich ganz schön weit. Oh oh. Oh Gott. Lauf, 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 lauf. Oh Gott, hast du nur noch mehr, ne? So. Brunnen Manor, Trap Hill. Ach komm, das machen wir noch, ey. Ist mir jetzt egal, ich will jetzt wissen, was da drin ist. Deswegen hat es dem Vater auch nicht gefallen, dass wir mir das erkunden, damit keiner herausfindet, dass da ein Artefakt ist, was das Wasser verursacht. Du hast mir sehr gut geblieben, Greta. Ah, gut gemacht, wieder meinen Jungen zurückzubringen. Ich hätte nicht getan, was ich tun würde, ohne meinen, äh, Precious. Meinen wichtigen Nachfolger oder irgendwie so. Stopp, der Vater. Nichtsdestotrotz. Ramba, auch du. Stopp, da. Hör auf damit, Vater. Das ist mir peinlich. Lomba, ich bin froh, dich zu sehen. Unruh, Boss-san. R-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r. Ich bin sicher, er nimmt es ein bisschen leichter, dass Boss selbst weggerannt ist. Aber in diesem Fall ist es wohl okay. Aber... Moritz, Boss? Oh, ja, was ist denn Alchemist? Ich würde sagen, diese Baseless Accusations, diese grundlosen Anschuldigungen gegen mich, sind weg. Ja, es scheint, er war wirklich ein Seemons und Boss. Und ich gebe vollendens zu, dass es mein Fehler war, dich dafür zu beschuldigen. So, so, so. Dann ist es kein Problem, oder? Ja, Herr, Herr, das Wort ist ein wenig langer, ein bisschen langer, ein bisschen langer. Nun, ja, das sind wir. Das regelt es. Es war einfach nur ein simples Missverständnis. Nein, nein, das ist gut, dass die Begründung der Begründung erfolgt. Dann wollen wir uns über die Begründung der Begründung der Begründung der Begründung verabschieden. Hm? Zumindest... wie ist das? Das ist ein bisschen... ...bist du sicher, dass du das Leben gerettet hast? dass du nicht eine extra aus versehen eine extra null hinzugefügt hast also dass da nicht eine extra null dran steht also natürlich aus versehen nein ich denke nicht nachdem wir reden hier immerhin von deinem wichtigen erben naja das ist natürlich wahr ich weiß ich mir etwas zeit dann bringt die anderen zu dem hinteren raum ist der mit der großen ich bin nicht es ist mir nicht erlaubt dort rein zu gehen aber ich finde ein weg ist so es zu öffnen gib mir sagen wir drei tage okay ich schaue für einen guten grund rein zu schlug wegzuschleichen gut sei nur sicher dass ich niemand sieht es so schön dass der vollidiot jetzt endlich mal nicht mehr ein vollidiot ist aber gut an der stelle bedanke ich mich jetzt bei euch fürs zuschauen das ihr wollt mich doch jetzt verarschen jetzt bin ich extra nach hause weil ich dachte da passiert jetzt los hey dad wächst da eine blume ja diese jahre ist es ist dort in autumn autumn frühling oder herbst herbst ja doch herbst es ist ein sehr liebliche weiße blume ja die weiße blume das ist schön und so sieht sie aus bevor sie blüht ich hätte nie gedacht dass du dich um blumen kümmerst was als nächstes vielleicht die drehen pitchforks tomorrow so ein pitchforks vielleicht regnet das morgen heugabeln moment was no i notice something see says a plant a lot like this one in the forest wie du wissen muss ist mir etwas aufgefallen das sind viele die in dem wald verschiedene synthese resultate bringen so kann ich beide vergleichen und sehen welches welches nützlicher ist und hoffen dass nicht eins von denen explodiert ich sehe schon ich weiß nichts über alchemie was ist klar was du dass du dich verändert hast deswegen du hast dich wirklich verändert du interessierst dich für die welt um dich herum und und arbeitest dich in richtung dein ziel das ist wahr ich hätte nie gedacht dass ich mal von dir höre wörter wie inspektieren und resultate ich denke ihr veralbert mich aber ich nehme das mal als kompliment alchemie ist so viel macht so viel spaß ich werde mein bestes tun ich bin nur froh dass du etwas gefunden hast über das dass du dass du so passioniert bist ja ja doch 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 das aber dass du selte dich nicht davon ab mit der course around the house course unkau ah aufgaben zu entkommen oder so ja bei was was ok pause ist vorbei zurück zu unserem spaß spaß farm arbeit ich habe wirklich gehofft ihr würdest sagen ich soll mich auf meine alchemie konzentrieren nein genau das gegende du musst deine passion du musst deine freude für die alchemie auch in die farm stecken das ging nicht in die richtung die ich gehofft habe warum dahin ich wollte das verdammte hausmann gehen dann scheiß raum ich will speichern so jetzt an der stelle bedanke ich mich bei euch fürs zuschauen und ich hoffe wir sehen uns dann wieder in der nächsten folge von atelier riser ever darkness and the secret hideout macht's gut und servus